Der Meister von Elektroblitz bekommt einen Anruf von einem Kunden, bei dem er ein großes Projekt mit Gebäudesystemtechnik durchgeführt hat. Der Kunde will seine Räume umgestalten und benötigt dafür eine Optimierung und Erweiterung der bestehenden Anlage. Damit der Meister gut vorbereitet zum vereinbarten Besichtigungstermin fahren kann, holt er die alte Bauakte heraus und studiert diese. Vor Ort erläutert der Kunde dem Meister nochmal seine Vorstellungen. Mobile Schaltmöglichkeiten sollen die Flexibilität erhöhen. Der Meister verschafft sich einen Überblick über den Zustand der bestehenden Anlage. Anschließend berät der Meister den Kunden umfassend und verständlich. Er stellt ihm geeignete Technologien, wie zum Beispiel Funktaster vor und erläutert deren Einbau und Funktionsweise. Nachdem der Meister sich ein genaues und umfassendes Bild von den geforderten Optimierungen und Erweiterungen gemacht hat, erstellt er ein schriftliches Angebot. Der Kunde hat das Angebot von der Firma Elektroblitz bekommen und liest es sich aufmerksam durch. Zufrieden mit dem Angebot erteilt er den Auftrag. Zufrieden mit dem Angebot beides, die Leipte von den Geist, der Leipte von den Geist, der Leipte von den Geist. Zufrieden mit dem,aju Vielen Dank.